Lieber Miesling, es geht nach diesem Quiz weiter mit Musik. Zu unserer letzten Sängerin komme ich jetzt. Du, Sina, es kommt ja immer Musik nach so einem Quiz. Was sagst du, Miesling? Es kommt immer Musik nach einem Quiz, ganz klar. Jetzt fällt mir das ein. Also bitte, ich wollte dich nicht verwirren. Vielleicht wollte ich es ja doch. Also, wie gesagt, die letzte Sängerin heute bei uns in der Sendung. Sie ist der absolute Star. Ich weiß, wer das ist. Das weiß ich. Du weißt es, aber du verrätst es nicht, Miesling. Doch, ich sag's jetzt. Ich sag's jetzt. Du sagst es. Es ist Sandra. Mit Everlasting Love. Mit einem Welthit. Dem Weg natürlich. Moment. Mit einem Welthit. Mit einem Welthit. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 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 Ich hätte noch ein kleines Wort an meinen zweitbesten Freund Zander zu richten, der im Augenblick in Afrika ist. Lieber Frank, lass dich mal schön durchbräunen, aber lass dir die Sonne nicht zu sehr aufs Gehirn scheinen. Das könnte gefährlich werden für die nächste Sendung. Also, Sina, hast du auch noch was zu sagen? Ja, also, ich kann nur sagen, ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Sendung wieder dabei und bis dahin. Tschüss. Ja, also wir sind dabei. Tschüss. Tschüss. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020